Am Sonntagabend informierte die integrierte Rettungsleitstelle Trier die Polizei über einen Noteinsatz in der Nikolausstraße. Vor Ort wurde eine 35 Jahre alte Frau mit schweren Schnittverletzungen im Bereich des Halses im Flur des Mehrfamilienhauses vorgefunden und nach Erstversorgung durch den Notarzt in ein Trierer Krankenhaus verbracht. In der Wohnung fand die Polizei einen ebenfalls schwer verletzten 63 Jahre alten Mann mit einer Stichverletzung. Auch der Mann musste notärztlich versorgt werden und in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bei den beiden verletzten Personen handelt es sich um Tochter und Vater. Beide sind lebensgefährlich verletzt. Was sich in der Wohnung zugetragen hat und wie es zu den Verletzungen kam, wird zurzeit von den Ermittlern der Kriminalpolizei Trierer untersucht. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand hat es den Anschein, dass es sich um eine innerfamiliäre Auseinandersetzung gehandelt haben könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an Trierer Krankenhaus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 die Ermittlungen in der Schule gibt, hat es sich um einen hohe Worte gehandelt. von Pfizer, получилось am 30,000 von der Schule wiederdekoferenz in einem mit Ihrer Bühigungen wurden Untertitelung des ZDF, 2020